Aldemar HD Toll Achtung, die Heismann kommt! Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Dayer Billions. Letzte Folge eingeschlafen, dafür kriegt ihr mal extra Minuten. Äh, Jägereinheit ausgebildet, sehr schön. Okay, wir sind dabei hier unseren Außenposten aufzubauen. Und den Außenposten bauen wir auf. Oh ja, da haben wir einen Durchgang, da müssen wir zumachen vielleicht. Wahrscheinlich, nicht vielleicht. So, dann machen wir erstmal Jägerin Spam. Und ich muss jetzt mal, aber auch mal den scheiß Steinbruch bauen, was ich jetzt mal vergesse. Und dann fehlen uns Arbeiter und dann fehlen uns Energie und dann... Äh, fehlen uns Arbeiter und... Da muss ich Zelte bauen. Was ich nicht wollte. Ah, okay, ich kann... Doch, das muss aber gehen. Es fehlt nur irgendwas. Energie. Ich muss ja nicht immer direkt alles voll klatschen. Jetzt erstmal Energie. Mein bow und Arrows sind bereit! Was? Ihr werdet mich für das, oder? Ist das alles... So blöchig. Mein bow und Arrows sind bereit! Sind Sie sicher? Können wir hier Dingens aufbauen? Ich finde das so cool mit den Dingens. Mit den Dingens! Ich will doch Zelte bauen. Da kann man noch durchlaufen. Building completed. So, ja, das Building ist completed. Er holt das Holz Dingens raus. Wir haben schon zwei, das reicht eigentlich. Äh, ach so. Immer noch Arbeiter. Ach so, die Gehäuse sind alle leer, ne? Die sind auch leer, okay. Dann wollen wir auf die Eisenbahn. Schön aufpassen, meine Damen und Herren. Okay, das hat funktioniert. Oh, noch 30 Holz. So, ich muss mir zumachen. Und hier kommt die wahrscheinlich auch durch. Vielleicht machen wir einfach nur hier zu. Ich brauche halt Lebensraum. Das müssen wir halt später erweitern. Das ist scheiße. Hä? Du musst weichen, mein Freund. Für das höhere Wohl des Eisenabbaus. Na gut, wenn's... ...funktioniert. Wow. Aber da weiter runter geht's ja nicht. Aha. Wollen wir so? Attention, building completed. The train has arrived at the station. Okay. Jetzt brauchen wir noch so'n Holz-Dingens. So ein Holz-Dingens. Oh, mehr Organs. Attention, building completed. Oh, here we go again. What? You again? Are there other units to go again? My bow and arrows are ready. My bow and arrows are ready. Ja, haben wir das auch schon. You are gonna pay me for this, right? Nee. Weiß ja nicht, ob man da durch muss. Ich glaube, wir bauen doch noch ein Holz-Dingens. Da wird wieder Energie. Und da wird Holz. Und da haben wir Holz. My bow and arrows are ready. You are gonna pay me for this, right? Boah, ich weiß jetzt nicht, ob da jemand durchkommt. Aber es ist besser, wenn wir da absperren. Was soll man da nicht aufsperren? Ja. My bow and arrows are ready. My bow and arrows are ready. Train has arrived at the station. Train has arrived at the station. Oh, more orders. Okay, komm wir gehen erst mal wieder zurück. Building completed. das ist at yates Noch ein paar weitere Soldaten. Ich glaube, die sind auf den Türmen besser, oder? Ich glaube, die sind besser auf den Türmen. Da müssen Monique hier auch Türmen entsetzen. Und Numero Last. So, dann haben wir jetzt unsere Erste. Oh, ich dachte schon. Okay. Wollen wir über einen Riesentrupp an Dingensbummens? Reporting for Duty. Reporting for Duty. Reporting for Duty. Und dann geht's los. Los. Was gibt mir denn noch? Ich würde sagen, wir haben schon fast weit genug advanced. Das ist ja noch leicht, ja? Schwierigkeit 1. Wir warten erst mal, wo jetzt die meisten Zombies kommen. Dann müssen wir uns mal unsere Whispering Bitches hier... Da müssen wir zwei da hoch. Das muss ja reichen. Dann machen wir die hier. Sollen wir lieber die Türme da besetzen? Ich glaube, das wäre eine bessere Idee. Das ist die Frage, wie weit der Lautstärkemechanismus von denen ist. Okay. Just tell me what to do. Just tell me what to do. The train has arrived at the station. The train has arrived at the station. Ja, natürlich doppelte Wände ziehen. Ich verstehe nicht, warum das ist. Gehen wir mal gucken, ne? Oder? Ah, ich hab immer noch Schiss. Da waren schon echt viele. Sollen wir lieber auf Nummer sicher gehen, sonst muss ich alles neu machen. Wir haben kein Z-Limit, oder? Ich hab die liebe Verkrankung 400. Ach, haben wir auch schon fast, sehr gut. Ja! Oh, Abstand geben, Abstand neben. Okay, okay. Oh, lassen wir da mal vier drauf. Okay, weiter gucken. Let me put an arrow in his head. Let me put an arrow in his head. Die können wir nicht... wir können nur die Häuser abreden. So, ranzoomen. Ich vergesse das jetzt mal, aber ich sehe so zu wenig. Oh, ja. Da gibt's Ressourcen. So boring, sagt die. Guck mal, da gibt's so Meeres. Guck mal, da ist ein Trunker oder so. Ressourcen für deine steht. Ressourcen für deine steht. Boah, hier könnt ich mich auch noch breit machen, aber bei uns geht's eigentlich gut. Soll eigentlich gehen. Vielleicht könnt ihr wir hier auch platt machen, vielleicht gibt's nur mal extra Bonis. Aber ist doch noch unsere Mission, oder? Verdichten Sie alle Dörfer des Verderbens, ja. Dörfer des Verderbens. So, alle anderen kommen jetzt mit auf jeden Fall zu den Fußtruppen. Oh, endlich ein Veteran! Hat ja nicht lang gedauert. Ist denn hier irgendwo noch eine einsame... Ist das echt alles, was wir an diesen Bogenschützen rekrutiert hatten? Sind wir nicht wirklich viele? Mir kam das vor, als wenn wir viel mehr hätten. Nö. Keine Ahnung, wo die alle sind. Alles im grünen Bereich. Ich frage, ob ich die Soldaten mitnehmen sollte, aber es sollte schon, oder? Wie viele sind denn hier? Aha! Kein Schritt zurück, war ich ein Männer... äh, Frauen, meine ich. Boah, hier ist gut. Das muss ich mir merken. Das ist kein Spawn-Zombie-Dingens-Gebiet. Da können wir echt hinbauen. Okay, let's do this. Das würde echt gehen. This better be good. Great idea! No, I'm just kidding. Ich krieg immer auf die Blonde. Okay. Und hier können wir zumachen. Und die dann so ranlocken. Das ist eine gute Idee, oder? Great. Faster than my bow. Hier kommen die Gartenführer wieder. Die Bildchen finde ich immer so super. Frisch Infizierte. Na, so frisch weiß ich ja nicht. Wir warten noch. Wir sind ja recht laut. Du könntest mal ausprobieren. Oh mein Gott, ist eine plattgefahren worden? Nee. Okay. Können wir mal aufräumen, oder? Ihr schafft das schon. Ups. So, nochmal bis unten hinten aufräumen. Hier ist nix mehr. Das können wir hier oben dicht machen, glaube ich. Das ist super. Ja, einfach schräg, ne? Müssen wir jetzt mal bis dahin kommen. Müssen wir jetzt mal auf den Zug warten. Da ist er doch schon. Oh. Hohoh! Da müssen schon ein bischen mehr aufpassen da glaube ich. Jetzt schon wieder los. Jetzt bin wieder Arbeiter. So, weil ein bisschen Energie fertig ist. Ich glaube, das reicht nicht. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Also wenn jetzt hier wirklich keiner mehr kommt, dann machen wir dazu. Einfach hier. Eigentlich nur auf die... Ja, dann können wir hier nochmal Essen farben. Wir machen hier trotzdem eine Mauer hin mit Türmen. Just in case. Oder einfach... Wir müssen ja keine Türmen machen. Das reicht ja, wenn wir da Mauer hin machen, wo wir uns hinterher verstecken können. Was ist mit No? Ist jemand gestorben? Ist alles okay? Ach, da sind auch noch Bogenschützen drauf. Ist alles okay? Everything is okay. Und da wurde der Zug halt alle überrollt. Ich glaube, die Folge können wir so zu Ende spielen. Ich glaube, die schaffen wir. Ich muss jetzt hier nicht nochmal cutten. Irgendwas länger, aber... Ist ja gleich vorbei. Glaube ich. Obwohl, es kann sogar auch nochmal 20 Minuten dauern. Ich meine, guck mal, wie viel das ist. Da kommen schon nochmal 1000 raus. Na gut, dann höre ich jetzt auf, Leute. Ja? Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Day of Billions. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.